Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vapesene Investigation. Ich bin der Simon, das ist La Planta di Muerta, El Hosto. Und heute geht es um eine Warnung. Es gibt nämlich möglicherweise ein Problem mit der Bo Plus von Javel. Tja, ich sag's an dieser Stelle gleich vorweg. Eigentlich hatte ich das Video zu diesem Thema schon fertig. Hochgeladen, es hatte weit über 2000 Zugriffe, es hatte über 100 Daumen hoch, es hatte dutzende Kommentare und auch sehr, sehr gute, sehr wertige Kommentare. Ich hoffe, dass die entsprechenden Kommentatoren die Diskussion hier dann nochmal aufgreifen, weil das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich hab da sehr nett, sehr freundlich, moderat und sehr den Ball flachhaltend zu der Sache berichtet, was vielleicht ein Fehler war in der Rückschau. Aber kommen wir erstmal dazu, was denn überhaupt passiert ist. Am Freitag hat sich im Kölner Raum jemand eine Bo Plus gekauft, hat die zu Hause geladen mit dem Original-Ladekabel, mit einem Netzteil, was er noch zu Hause hatte. Und dann ist der Akku geplatzt unter sehr, sehr großer Hitzeentwicklung. Das Gerät ist wirklich, man kann noch die halbe Bo erkennen, der Rest hat sich halt zerledert. Unter anderem auch geschmolzene Metallreste auf dem Bild zu sehen. Ich würde euch die gern zeigen, aber der Grund, warum ich das alte Video runtergenommen habe, ist, dass sich der Betroffene gemeldet hat unter dem Video und hat sich sehr darüber aufgeregt, dass ich diese Fotos verwendet habe. Ja, finde ich im Übrigen ein bisschen merkwürdig, denn da der einzige Zweck dieses Videos war, zu sagen, hey, passt ein bisschen beim Laden auf, und ich also weder über ihn, noch über Javel, noch über den Händler, dem das verkaufte Dampfalarm, auch nur ein böses Wort gesagt habe, tatsächlich ganz im Gegenteil, ist das schon ein bisschen merkwürdig. Und da drängt sich schon der Eindruck auf, und das ist rein spekulativ, das sage ich an dieser Stelle mal ganz deutlich, ganz spekulativ, Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum er sich so aufregt, ist, dass Javel in irgendeiner Art und Weise auf ihn eingewirkt hat. Entweder haben sie ihm irgendwas versprochen, wenn die Fotos nicht öffentlich werden, oder haben sich da aufgeregt, nachgefragt, keine Ahnung. Ich kann mir jedenfalls keinen anderen Grund vorstellen, warum derjenige, dem sowas passiert, ein Problem damit haben sollte, dass die Fotos verwendet werden, um zu sagen, hey, passt ein bisschen beim Laden auf, bei mir war es nicht. Schon ein bisschen merkwürdig. Und da kommen wir auch mal zu ganz verschiedenen Unternehmens- und Kommunikationskulturen. Einmal Dampfalarm. Das war der Händler, der ihm das verkauft hatte. Dampfalarm hat direkt gesagt, pass auf, hier hast du dein Geld wieder und noch einen Einkaufsgutschein als Wiedergutmachung. Und die haben das Gerät sofort ausgelistet und haben gesagt, wir verkaufen das nicht, so lange, bis Javel Clip und Klar sagt, was damit los ist. Weil man es eben noch nicht weiß. Weil man es einfach noch nicht weiß. Dagegen Javel, die möchten dazu gar nichts sagen. Und deswegen ja auch mein Verdacht, dass die irgendwie auf diesen Betroffenen eingewirkt haben. Weil auf erste Nachfrage haben die erst mal komplett geblockt. Dann habe ich gesagt, ich weiß aber dies und das und jenes. Und dann, ja, doch. Und dann hat man gesprochen, ja, wir müssen uns das angucken. Okay. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, es sind zwei Tage rum. Jetzt muss ich mal ein Video dazu machen. Weil, wenn tatsächlich mit dem Gerät irgendwas ist. Also man weiß es ja nicht. Es kann ja eine Charge sein, wo die Akkus entsprechend empfindlich sind. Das gab es bei anderen Geräten alles schon. Das gab es alles schon. Das gab es auch bei Handys schon, bei E-Bikes und, und, und. Das wäre überhaupt nicht so schrecklich ungewöhnlich. Es muss nicht sein. Ja, aber es kann halt sein. Und wenn das sein kann, dann muss man den Leuten auch sagen, passt ein bisschen auf. Nicht geratet in Panik oder, oh, kauft keine Bummi oder so. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe ja meine hier auch noch. Aber einfach passt ein bisschen beim Laden auf. Solange, bis wir alle wissen, was da los ist. Und dann ist, oh nein, aber es war ja das Netzteil. Und dann habe ich gesagt, aha, gerade hieß es noch, ihr müsst erst mal gucken. Ihr müsst erst mal im Labor schauen, was los war. Und plötzlich war es, also als ich gesagt habe, ich will ein Video machen, plötzlich war es dann schon mal das Netzteil. Da war man dann ganz überzeugt. Man wollte das einfach nicht in der Öffentlichkeit haben. Und da muss ich sagen, das geht gar nicht. Sowohl an Javel, als auch an den Betroffenen, in denen das passiert ist. Denn gesetzt den Fall, dass es tatsächlich ein Problem mit dem Gerät gibt und das nicht irgendwas anderes war. Ja, also nicht ein spezifischer Einzelfall aufgrund bestimmter Konstellationen, Netzteil, was weiß ich, oder irgendein Nutzerfehler, sondern es wirklich an einer Charge der Akkus lag. Was ist denn, wenn man da nicht warnt und morgen fackelt irgendwer sein Sofa an und da wird ein Kind bei verletzt? Was ist denn dann? Wie schaut ihr dann bitte noch in den Spiegel? Es ist mir schon klar, dass Javel das nicht will. Und ich verstehe auch, warum. Aber ich finde es zum Kotzen, in welcher Art und Weise das passiert. Denn das ist doch im Grunde ganz einfach. Wenn sowas passiert, hat man zwei Möglichkeiten als Hersteller. Man geht selber in die Öffentlichkeit und sagt, das ist passiert. Bitte bleibt ruhig. Wir schauen uns das an. Und in einer Woche wisst ihr spätestens, das und das ist gewesen. Wir spielen da komplett mit offenen Karten. Und wenn dann eine Woche später ein Statement kommt, es war das Netzteil, da war Wasser im Gerät, da ist ein Käfer reingekrabbelt in der Produktion, und was weiß ich, dann sagen die Leute, aha, cool, seid da gut mit umgegangen. Oder man versucht, das auf Teufel komm raus geheim zu halten und es kommt dann trotzdem raus und solche Dinge kommen immer raus, immer, ohne Ausnahme. Und dann glaubt einem keiner mehr das Statement, mit dem man hinterher um die Ecke kommt. Weil man ja nur reagiert, nachdem andere darüber gesprochen haben, andere das öffentlich gemacht haben. Niemand wird euch das glauben. Jetzt ist es in der Welt und wenn ihr eine Woche oder zwei Wochen wartet, bis ihr irgendwas dazu sagt, und damit meine ich nicht, ihr sollt hier die Diagnose raushauen, was gewesen ist, sondern einfach nur kommunizieren, was gewesen ist und was ihr jetzt macht, dann glaubt euch das hinterher keiner mehr. Ich meine, ich habe ja die beiden Möglichkeiten dargelegt. Es kann ja jeder mal für sich überlegen, was in der Außenwahrnehmung professioneller ist. Transparenz? Oder nein, 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 das ist alles gar nicht wahr. Hm. Eigentlich keine so schwere Frage. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, teilen, liken, erzählt es euren Freunden, unterstützt mich auf Patreon. Bis zum nächsten Mal, euer Simon. Das ist alles gar nicht wahr.